Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Lipidem. Heute, wie ihr bereits im Titel erkennen konntet, geht es um meine erste Liposuktion, die ich in der Lipoklinik gemacht habe. Und ja, es ist, ich hoffe es ist nicht zu chaotisch, also ich habe so ein bisschen gevloggt, also es wird auch so eine Mischung aus Sit-Down und Vlog, wo ich auch Bilder einblende und so kleine Videos einblende, die ich im Laufe des ganzen Prozesses gefilmt habe. Also ich werde das Video so aufteilen, die Tage davor, was man halt zur Vorbereitung für die OP alles braucht, was man alles machen muss, dann den Tag der OP werde ich euch erklären, wie das alles abgelaufen ist und dann danach Post-OP, wie ich so nach der OP, wie das für mich alles so war. Natürlich ist es bei jedem anders, jeder ist auch anders schmerzempfindlich, manche sind da hart im Nehmen, ich nicht. Das ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber da würde ich sagen, let's go! Zum Beginn musst du erstmal natürlich nicht für die Klinik entscheiden, wo auch mal du hingehst. Ich habe mich für die Lipoklinik entschieden in Salzburg bei der Frau Dr. Gira. Größter Schatz auf Erden, ich liebe diese Frau. Ich hatte so ein Beratungsgespräch vorab, bevor ich mich für die Klinik natürlich entschieden habe und bei diesem Gespräch, die hat sich für jeden, so viel, für jeden Einzelnen, so viel Zeit genommen und also die Chirurgin und diese Frau so lieb, also wirklich mega, mega lieb. Auch dann am OP-Tag hat sie mit einem noch geredet, wenn man nervös ist oder sowas, tut sie einen noch ein bisschen runterbringen und erklärt einem auch, was alles auf einen zukommt und sowas. Also wirklich Hammer, 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 Hammer. Aber erst nochmal vorab, ich habe natürlich den Beratungstermin gehabt. Nach dem Beratungstermin, das ist erst so ein, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie ein Corona-Obsicht strenger geworden ist, aber bei mir war es so, dass ich, wir waren sechs, sieben Leute, wo sie halt erst alles erklärt hat, auch wie viel es kostet und so ein paar Einzelheiten hat sie noch erklärt und dann im Anschluss hatte sie Einzelgespräche, wo sie jeden abgetastet hat, wo Maße genommen wurden und sie halt dann gesagt hat, was sie so vermutet, wie viele OPs man benötigt und dann hat sie mir auch gleich gesagt, wann die nächsten Termine sind für die OPs. Ich so, ja okay, ich überlege es mir nochmal, habe aber dann direkt am nächsten Tag in der Frühtermine ausgemacht für den 19. Januar, 16. März und den 19. Mai. Also immer im Acht-Wochen-Takt. Die acht Wochen musst du mindestens Abstand haben zwischen den ganzen OPs und ich habe halt dann alle im Acht-Wochen-Takt gemacht, weil ich es halt dann so schnell wie möglich rumhaben wollte und genau, drei Wochen vor der OP musst du den Betrag für die OP bezahlt haben. Also ich muss es selber zahlen, bei mir sagt die Krankenkasse nein, wie eigentlich fast bei jedem, aber braucht man sich gar nicht drüber aufregen, habe ich schon oft genug. Und ja, die haben einen Festpreis von 5.995 Euro. Da ich mich noch für die Vollnarkose entschieden habe, kommen nochmal 245, 250 Euro drauf. Und ja, die überweist du einfach drei Wochen davor. Du kriegst dann auch, beziehungsweise musst du dich dann auch bei dem Anästhesisten melden, auch ungefähr, ich glaube, zwei Wochen davor, auch drei Wochen davor, irgendwie so um den Dreh rum, um mit jemandem alles abzusprechen. Der erklärt dir auch nochmal, was er denn alles macht, wie das alles abläuft und beruhigt einen auch nochmal. Ich finde, wenn man weiß, was auf einen zukommt, dass es einem so ein bisschen Nervosität nimmt, weil man halt jeden Schritt weiß, was jetzt da kommt. Und du hast auch die Möglichkeit, einen Dämmerschlaf auszuwählen. Ich habe mich aber für die kommende Vollnarkose entschieden, weil ich da, ich will extra hin, ich will davon nichts mitbekommen. Und ja, dann musst du noch ein Blutbild dorthin schicken, so ein kleines Blutbild und die Gerinnungswerte. Das Blutbild darf nicht älter als zwei Wochen sein und muss spätestens sieben Tage vor der OP bei der Klinik angekommen sein, also per E-Mail einfach schicken. Und ja, so habe ich jetzt auch am Donnerstag war ich beim Blutabnehmen, weil bei mir geht es nächste Woche, Dienstag in einer Woche geht es schon wieder los. Und ja, sonst zur Vorbereitung, ich habe so Matten oder so, wie kann man das erklären, so Unterlagen, dass wenn ich halt irgendwie nach der OP noch geblutet habe, weil nicht alles wird zugenäht, manche Öffnungen bleiben offen, dass alles rausfließen kann. Und dann habe ich mir für die Nachblutungen noch so Unterlagen geholt. Ich habe, um meine Beine hochzulegen, habe ich mir nicht wie bei der Lymphdronage so ein Kissen geholt, sondern habe halt einfach mehrere Kissen aufeinander gestapelt, dass es auch weich ist. Also ich würde dir raten, also bei mir war es so, dass ich nicht zu harte Kissen benutzen konnte, weil es sonst unangenehm war. Und zum Thema Schmerzmittel. Mir wurde halt in der Klinik gesagt, dass ich Ibuprofen natürlich nehmen soll, Ibuprofen 600, auch weil es ja entzündungshemmend sein soll oder entzündungshemmend ist. Mir hat nur Ibuprofen 600 aber nicht geholfen. Also ich habe zusätzlich, also ich habe es bis, also Dienstag hatte ich die OP, bis Freitag habe ich es probiert, aber es ging gar nicht. Ich hatte solche unfassbar krassen Schmerzen. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Also ich möchte auch keine Angst, euch keine Angst machen oder sowas, aber ich hatte wirklich höllische Schmerzen. Das war Katastrophe beim Aufstehen, beim Gehen, beim Liegen. Das war heftig. Deswegen habe ich jetzt halt vorbeugend mir schon, also einmal Ibuprofen 600, so einen riesen Packerl, weil ich von denen viermal am Tag Ibuprofen 600 nehme. Dann habe ich noch einen Magenschutz. Ich habe Pantoprazole, das ich auch mit einnehmen muss. Und das war meine Rettung. Das war meine Rettung. Ich habe einmal Tramadol. Ich hatte zu Beginn 50 Gramm, davon konnte ich dann drei bis vier Stück nehmen am Tag. Jetzt habe ich 100 Milligramm und davon darf ich zwei am Tag nehmen. Aber zwischendrin nehme ich noch Novamin-Sulfon-Ratiofarm-Tropfen. Ich glaube, das erkennt ihr aber nicht. Kann das sein? Auf jeden Fall nehme ich die beiden Sachen in Kombination. Und die Schmerzen gehen nicht komplett weg, aber es ist aushaltbar. Es geht noch. Und ja, dann würde ich sagen, dass wir gleich weitergehen zum Tag an sich. Beziehungsweise nein. Genau, dann würde ich euch noch einen kleinen Part einblenden, wo ich gepackt habe. Das habe ich nämlich auch gefilmt. Da war ich aber ziemlich nervös. Also ich muss sagen, am Tag davor war ich viel nervöser als am OP-Tag. Am OP-Tag war ich irgendwie gar nicht nervös. Keine Ahnung, wieso. Normalerweise scheint es mir da voll ein. Aber ja, da blende ich euch jetzt einfach mal die Chassis aus der Vergangenheit ein. Es ist morgen soweit. Ich komme da gar nicht drauf klar. Ich komme da nicht drauf klar. Uff, 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 uff. Aber ich kann mal gucken. Also ich brauche meine... Weil ich... Aber ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an zu packen. Also ich brauche meine Versichertenkarte, diese Unterlagen, eine Flachstrickkompression, ein kleines Blutbild, das habe ich aber bereits an die Lipo-Klinik geschickt. Und lockere Kleidung, am besten dunkel, eine weite Jogginghose oder einen Rock. Dann brauche ich noch Crocs oder irgendwelche Gummischuhe oder so. Ich nehme einfach die Adeletten von meinem Bruder. Und Wechselunterwäsche. Ich muss mich jetzt selber in Gerüte bekommen. Ich werde langsam echt unfassbar nervös. Also ich habe jetzt halt, da man ja dunkle Sachen tragen sollte, habe ich mir jetzt halt eine schwarze Jogginghose, die ziehe ich aber glaube ich an. Und den Pulli, da habe ich eine Kompression, die ich halt am Morgen tragen werde. Und eine nehme ich mal sicher mit. Deine Unterhose. Dann habe ich noch so einen Pulli, weil ich mir glaube ich noch ein T-Shirt mitnehme. Falls ich friere, kann ich es drunter anziehen. Oder wenn ich irgendwie Hitzeweilungen habe, kann ich es drüber anziehen. Und ich glaube ich muss mir echt, ich habe vorhin nur mit der Sabie gestiegen. Und ich glaube ich muss mir echt noch ein Bad nehmen. Und mir noch ein Glas Wein aufmachen. Weil ich so, glaube ich, nicht aufhören nehme. Klar, komm, aber das wird positive thoughts. Genau, als ich dann im Medi-Center war, habe ich erstmal das Zimmer aufgesucht, wo die ganzen Patienten, die vor mir dran sind, drinnen sind. Und auch wo dann die Schwestern und sowas waren. Dann wurde mir einfach mein Bett gezeigt. Also es waren drei Patienten an dem Tag. Und dann im Anschluss kam ich in so einen Extraraum. Ich glaube, da habe ich auch sogar ein bisschen gefilmt. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, da ist so ein ganz kleiner Raum, wo rechts so Regale sind, beziehungsweise Schränke, wo du deine ganzen Klamotten reintun kannst, die du momentan anhast. Und dann kriegst du so einen Kittel an und so eine Haube für die Haare. Das ziehst du dann einfach an. Du kriegst auch noch so, wie für die Haare so eine Haube, kriegst du auch für die Füße. Und dann habe ich mich einfach umgezogen, habe halt Unterwäsche anlassen können und habe das alles in den Schrank gepackt. Weil wenn wir dann Zimmer gewechselt haben und das Zimmer, wo wir übernachtet haben, da haben einfach die ganzen Pfleger das mitgenommen und haben es halt oben ins Zimmer mit reingetan. Und nachdem ich mich dann umgezogen habe, habe ich mich dann aufs Bett gelegt. Dann kam irgendwann der Anästhesist, hat halt nochmal mit mir alles besprochen und hat sich nochmal aufgeklärt. Habe dann die Nadel hier hinbekommen. Fand meinen Kreislauf gar nicht toll. Habe sich erstmal fast einen Scheiter rausgelegt, äh rausgehauen. Und ja, dann ging es auf... Ne, wurde ich erst angezeichnet? Ne, bevor ich die Nadel bekommen habe, wurde ich angezeichnet. Also die Frau Giera hat dann nochmal vor so eine Wand... Ich habe auch ein paar Fotos davon gemacht. Ich habe auch, wie das Anzeichnen an sich ablief, habe ich auch ein Video auf meinem Instagram-Account hochgeladen. So ein IGTV. Da hat die Frau Dr. Giera angezeichnet, wo wir jetzt operieren werden. Und hat es auch nochmal wirklich gut erklärt. Also falls ihr das Video anschauen möchtet, ist es wirklich sehr informativ. Und dann, nachdem ich angezeichnet wurde, habe ich dann die Nadel reinbekommen. Und dann ging es auch schon los. Also ich war nicht echt die ganze Zeit voll gechillt. Aber dann, als es hieß, okay, es geht jetzt los, dann ging mir die Pumpe. Dann ging mir wirklich die Pumpe. Dann bin ich in den Raum reingekommen. Es war arschkalt. Es war arschkalt. Also wirklich, es war richtig kalt. Und als ich dann drinnen war, wurde ich erstmal desinfiziert. Also ich musste mich dann auf so eine Erhöhung stellen. Und dann habe ich so meine Arme noch auseinandergetan. Und dann haben die mit einem richtig... Also ich weiß nicht, was das war. Ob das Desinfektionsmittel war, ich weiß es nicht. Aber es war arschkalt. Haben die jetzt meine Beine da desinfiziert. Und oh, wird mir jetzt schon wieder ganz kalt. Dann musste ich mich auf diese Liege legen. Und da habe ich meine Arme auch so auseinandergetan. Dann musste ich einmal so machen und so machen, wie weit ich halt gehen kann. Und auf welcher Seite ich normalerweise schlafe, musste ich dem Anästhesisten dann auch sagen. Und dann habe ich auch schon... Dann haben die unten... Die haben mir so eine... So eine... Eigentlich nicht eine Matte, aber... Was war das? So eine Unterlage oder sowas über mich drübergelegt. Und dann war ich auch schon weg. Dann hatten die mir das Mittel gespritzt. Jessica war schon im siebten Himmel, hat dann geschlafen. Und dann ging es auch los. Ähm... Einen kleinen Einblick von der OP. Also wie das alles abläuft, werde ich einfach einblenden, weil die Frau Dr. Gera so lieb war. Und das alles mitgefilmt hat. Damit ihr das auch seht, wie das abläuft. Und ja, dann würde ich sagen... Roll the clip! So, die Jessie schlägt jetzt gut, hat sich für eine Folterkose entschieden. Und ich fange jetzt erstmal damit an, so kleine Punkte hier zu setzen mit lokalen Betäubungsmitteln, wo ich dann später die Schnitte mache. Wir verwenden ja sehr, sehr viele Schnitte. Aber ohne viele Schnitte kann ich das nicht zirkulär und nicht radikal operieren. Und das ist ja das Ziel beim Lipidim. Zirkulär, radikal und dann kann man diese Erkrankung nachhaltig in den Griff bekommen. So, die Inzisionen sind jetzt soweit vorbereitet. Jetzt kommt der erste Schritt. Nämlich das Gewebe, wie wir sagen, zu infiltrieren. Also erstmal Flüssigkeit in das Fettgewebe einzubringen. Man sieht es hier vielleicht ganz deutlich, das ist jetzt eine Absaugkanüle. Die ist ein bisschen kräftiger und hat das Loch. Und das ist die feine, dünne Infiltrationskanüle. Die verwende ich jetzt als erstes. Jetzt löse ich mir da ganz vorsichtig schon ein bisschen das Fettgewebe mit der Flüssigkeit. Da kann man mal zeigen, da ist richtig dampf hinter dem Wasserstrahl. Das sieht man so ganz gut. Hier oben wollen wir heute absaugen. Also ist im Prinzip schon der untere Oberschenkel ist da schon mit dabei. Weil ja okay. Und natürlich das konkrete Knie. So, jetzt sieht man langsam, wie sich hier ein bisschen eine Form abzeichnet. Ich bin nämlich jetzt gerade dabei, sozusagen die Fessel von diesem Fettmuff zu betreiben. Und wir sind tatsächlich an dieser Stelle, wo wir quasi die Hälfte des Unterschenkels vorne abgesaugt haben, schon fast bei einem Liter. Und das wird noch mehr werden. So, jetzt haben wir Halbzeit. Wie man unschwer erkennen kann, ist dieses Bein vorderseitig abgesaugt. Dieses ist noch mit Flüssigkeit eingefüllt, was aber im Wesentlichen so der normalen Anatomie entspricht. Und jetzt sehen wir halt hier wieder eine schöne Fesselkontur. Da ist alles leer gesaugt. Eine schöne Muskelkante. Das Knie ist mal wieder sichtbar. Also doch ein sehr, sehr deutlicher Unterschied. Und genau dasselbe machen wir mit den Beinen jetzt auch. So, Halbzeit auf der Unterschenkelvorderseite. Die Beine haben nichts mehr mit den Alpen zu tun. Auch das Knie ist hier schon schön modelliert. Und wir sind bei sage und schreibe 3,9 Liter. Stand jetzt. Und jetzt drehen wir die Jessie um und machen auf der Rückseite weiter. So, die Jessie hat es geschafft. Wir sind auch fix und fertig. Es waren satte 5,3 Liter aus den Unterschenkeln, aus dem Kniebereich und aus dem unteren Oberschenkel. Und jetzt schauen wir, dass die Jessie gut aufwacht und dass alles gut wird. Genau, und als ich dann nach dem OP aufgewacht bin, da kann ich mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe nur, also die Mädels haben halt gemeint, dass ich anscheinend ziemlich geweint habe, weil ich ziemlich starke Schmerzen hatte. Aber ich habe dann auch eine Infusion bekommen. Da kann ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe aber, als ich nicht klar war, ich habe sogar aus dem OP, als ich geschoben wurde, das habe ich gefilmt auf meinem Handy. Ich habe keine Ahnung wie, aber habe ich gemacht. Und ich habe dann sogar auch, als ich dann aus dem OP war und wieder zu mir gekommen bin, habe ich dann gleich eine Instagram-Story gemacht. Und habe da irgendeinen Bums dahin geschrieben. Ich habe keine Ahnung, was ich dann eigentlich schreiben wollte. Aber ich habe halt auch meinen Eltern geschrieben, meinem Bruder geschrieben. Und habe auch ein Video gemacht. Ich kann euch das Video mal hier zeigen. Das war auch wild. Ich habe dann gesehen, wie ich was für Schmerzen ich hatte und wie gequält jede Bewegung war. Dann sind wir dann auch schon irgendwann auf die Zimmer gekommen. Also ich kann mich wirklich noch vage daran erinnern, eigentlich gar nicht. Und dann waren wir im Zimmer und haben wir Essen bestellt. Oh, das Essen war so lecker. Ich hatte so eine Bowl und dann noch habe ich mir mit der Sabi einen Pfannkuchen geteilt. Oh mein Gott, der war so lecker. Das war so lecker. Hammer, Hammer, Hammer. Und dann haben die auch gefragt, was sie am nächsten Tag zum Frühstücken wollen. Und ja, dann ging es an die Nacht. Also ich muss sagen, ich habe nicht viel geschlafen. Aber irgendwann war ich trotzdem echt gut ausgeruht. Also von den Schmerzen her ging es auch eigentlich noch. Also als ich dann zu Hause war, war es viel schlimmer mit den Schmerzen als dann dort. Direkt nach dem OP. Also ich habe nur wirklich sehr krass noch geblutet. Also nachgeblutet. Ich kann euch dann auch mal ein Foto und ein Video einblenden. Also meine komplette Matte war komplett rot. Meine Decke war auch in der Früh. Also am nächsten Tag in der Früh komplett durchnässt mit Blut. Die war komplett rot. Und in der Nacht sind wir ja noch öfters aufs Klo gegangen. Oder wir mussten öfters aufs Klo. Und das war auch ganz witzig. Oder am Abend, jedes Mal, wenn wir aufs Klo gegangen sind, so ein Pfleger war halt die ganze Zeit da. Der war im Nebenraum. Und der hat uns halt dann aufgeholfen. Das war, das ist dieses Aufstehen. Das war, ich konnte irgendwie, ich bin halt die ganze Zeit so gekrümmt gelaufen, weil ich nicht gerade laufen konnte, weil es in den Waden so gezogen hat. Und da ich halt so viel Blut verloren habe, habe ich halt jedes Mal so eine Blutlache hinter mir gelassen, wenn ich halt mich bewegt habe oder sowas. Und ich hatte, ja nicht schlimme Kreislaufprobleme, aber ich hatte auf jeden Fall Kreislaufprobleme, weil ich natürlich auch sehr viel Blut verloren habe. Mir wurden nämlich 5,3 Liter abgesaugt. War es auch so, dass ich aber aufs Klo musste. Und dann ging es auch die ganze Zeit dann auf einmal. Also der Pfleger ist ungefähr alle 30 Sekunden reingekommen, ob alles in Ordnung ist, ob alles geht, ob alles geht. Und es war alles easy. Und dann auf einmal schallt er um, hat er mich schön ins Bett gehievt. Wir hatten so einen Höhenverstärk, wo man die Füße so hoch tun kann, also so ein Krankenhausbett. Und dann hat er gleich die Füße so hochgelagert und dann ging es auch wirklich sofort wieder. Und beim Zähneputzen war es halt genauso. Ich bin dann so gestanden und dachte mir so, oh, das passt ja, klappt ja voll super. Putz Zähn und auf einmal, BAM! Das ging halt echt relativ schnell. Und genau, am nächsten Tag wurde ich dann von meiner Mama abgeholt. Da haben wir erst noch ein Ibu bekommen, haben ein Frühstück bekommen und dann um 7, 7.30 Uhr wurden wir dann abgeholt. Also wurde ich jeweils jeder abgeholt vom Elternteil. Und da wurde ich dann auf so einen Rollstuhl gestellt. Dann wurde ich auch auf so einen Rollstuhl gesetzt. Und wir sind dann damit runtergefahren. Und dann ging es darum, ins Auto zu steigen. Also, die Schmerzen waren schon echt heftig. Das Schlimmste war aber auch, weil ich halt irgendwie so gespürt habe, wie das Blut die ganze Zeit. Weil ich hatte halt nur eine Kompression an. Was ich euch auf jeden Fall empfehle, zieht eine schwarze Kompression an. Eine helle Kompression, also so, ich habe jetzt auch eine helle an. Aber zieht eine schwarze Kompression an. Weil es läuft halt alles raus, das Blut, das ist so eklig. Und dann habe ich, meine Mama hat so einen Bierkasten oder Spezikasten in den Fußbereich getan. Also ich bin dann vorne gesessen, denn wir haben den Sitz ganz hinter getan. Und dann haben wir es mit Kissen aufgefüllt, dass es halt schön weich ist. Und dann habe ich mich irgendwie reingehievt. Dann hat die Mama den Rollstuhl wieder hochgebracht. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren und dann zu Hause. Weil ich bin halt im zweiten Stock und eigentlich wollte ich hoch in mein Zimmer. Aber ich bin dann erstmal unten auf der Couch gelegen und habe dann geschlafen. Ja, ich bin dann eingeschlafen, war dann wieder mal so da. Dann habe ich wieder eingeschlafen, dann war ich wieder da. Und ich habe da sogar ein Video gemacht, wie ich versucht habe aufzustehen. Dann kann ich es euch auch jetzt einblenden. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß einfach nicht, was ich mache. Alter, mein Körper ist schon eklig auf. Ich weiß nicht, was ich mache. 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 Hals festhalten. Es wird jetzt halt richtig schwer hochzugeben, weil es ernsthaft hier ist. Drei, zwei, eins. Halt irgendwann den Hals wieder festhalten. Mama, du kannst mich nicht heben. Aua! Ich kann es nicht so abwinkeln, weil es hier missgesaugt wurde. Drei, zwei, eins. Au. Ich kann euch aber nicht erklären, wie die Schmerzen waren. Also entweder hat mein Körper das so verdrängt. Ich weiß nur, dass ich höllische Schmerzen hatte. Aber ich kann euch nicht sagen, wie diese Schmerzen waren. Und dann aber irgendwann, wo es halt dann gegen Abend war. Ich wollte einfach nicht unten schlafen, weil ich halt hier oben, es ist halt mein Zimmer. Hier fühlt man sich halt wohnen. Und ich wollte dann unbedingt in mein Zimmer. Und dann sind wir die Treppen hoch. Das war auch der Papa. Der Papa hat mich, also wir haben relativ breite Treppen. Sprich, ich habe halt meinen Fuß dann hier ans Eck getan, anderen Fuß da ans Eck. Und bin dann, habe den Fuß so hoch. Und der Papa hat mich dann sozusagen an der Hüfte gepackt und mich dann so hochgezogen. Weil ich halt keine eigene Kraft hatte, um hoch zu gehen. Und das haben wir dann bis ganz oben gemacht. Und dann war ich so glücklich, als ich in meinem Zimmer war. Ich habe aber auch nicht hier auf meinem Bett geschlafen, sondern drüben auf der Couch. Weil das Bett hier immer viel zu weich ist. Und ich habe halt, meine Matratze hört halt hier auf. Und ich habe hier noch so eine Holzerhöhung. Und das wäre halt einfach nicht gegangen. Und dann habe ich mich halt dort gleich hingelegt. Habe halt meine Beine gleich wieder hochgelagert. Und ja, wirklich viel schlafen. Also die Nacht schläft man nicht durch. Also ich habe zumindest nicht durchgeschlafen. Ich bin ungefähr so alle drei Stunden aufgewacht vor Schmerzen. Oder weil ich aufs Klo musste. Weil man sehr, 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 sehr viel trinken muss. Und beim Aufstehen war es jetzt so, dass halt mir immer jemand helfen musste. Also ich konnte nicht alleine aufstehen. Ich konnte nicht alleine gehen. Ich konnte nicht alleine stehen. Ich konnte nicht alleine aufs Klo gehen. Teilweise vom Kreislauf her. Aber auch von den Schmerzen her. Also hat mein Bruder mich halt immer so unter den Armen genommen und halt so hoch gehievt. Also ohne meinen Bruder, beziehungsweise ohne meine Familie. Ich wäre echt aufgeschmissen gewesen. Also ich bin wirklich so dankbar dafür, dass sie für mich da waren. Nach zwei Tagen war es auch an der Zeit, mal wieder duschen zu gehen, bevor ich mich sehr gefürchtet habe. Aber ich hatte das Glück, dass wir eine Bekannte haben. Die haben da eine Physiotherapeutenpraxis. Und die haben uns halt immer geholfen. Auch beim ersten Mal duschen. Weil die Mama halt nicht wusste, wie, wo, was. Jetzt im Nachhinein habe ich auch von einer von, ich glaube, Katie's Diaries oder sowas. Sie hatte ja auch die Unterschenkel-OP vor mir. Und die hat gesagt, dass sie das erste Mal mit Kompression geduscht hat. Und die einfach nur so mit Wasser, also Wasser so drüber halt laufen lassen. Und danach hat sie sich hingelegt und hat dann ein Handtuch um ihre Beine getan, dass es dann trocknet. Ich habe sie erst zwei Tage nach der OP gleich ausgezogen. Das war... Da hatte ich halt auch noch nicht die stärkeren Schmerzen. Da hatte ich noch kein Dramadol, noch kein Novalgien, noch gar nichts. Sondern nur Ibuprofen. Also hatte ich halt die ganze Zeit unfassbare Schmerzen. Ich habe auch den ganzen Tag nur durchgeweint, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Es waren solche Schmerzen. Und... Aber es war halt auch ungewohnt. Weil mit der Zeit hat man sich halt gewöhnt, okay, wenn ich das mache, wenn ich das mache, habe ich halt so einen Schmerz, habe ich so einen Schmerz. Aber am Anfang wusste ich halt nicht, was auf mich zukommt, wie der Schmerz sein wird und alles. Deswegen war es halt auch nochmal was anderes. Aber als es dann darum ging, das erste Mal zu duschen, das war... Heftig. Also das war wirklich krass, weil wir sind dann... Bei mir ist halt so, ich habe nicht eine Dusche, die einfach so gerade ist, sondern erstens die Dusche ist auf einer Erhöhung und dann ist die Fläche zum Duschen nochmal so eine Kuhle. Oh, das war Katastrophe. Das war Katastrophe. Weil ich halt meine Beine nicht locker lassen konnte. Ich musste sie die ganze Zeit so ein bisschen anspannen, weil es halt nirgendswo aufliegen konnte, weil es halt unfassbar schmerzhaft war. Und mein Kreislauf hat dann auch gar nicht mitgemacht. Also ich war dann auch... Das war das eine Mal, wo ich dann duschen war. Und dann danach, ich glaube, eineinhalb Wochen lang, zwei Wochen lang konnte ich nicht in die Dusche gehen wegen meinem Kreislauf, sondern habe halt dann immer so eine Katzenwäsche gemacht. Und genau, als wir in der Dusche waren, habe ich mich halt dann hingesetzt, dann habe ich ein bisschen kälteres Wasser genommen, was auch besser für den Kreislauf ist. Habe das dann über meine Kompression so laufen lassen. Und das war so heftig. Das ganze Blut, was sich halt dann da gesammelt hat, ist dann runtergeflossen. Das war schon ein bisschen eklig, aber es ging wirklich. Für mich war das Schlimmste, als ich dann die Hose runtergezogen habe. Und ich hatte halt hier am Knie, hier oben, habe ich zwei Einstichlöcher. Und die wurden halt zugenäht. Und als ich das dann gesehen habe, da dachte ich mir schon so, da wurde mir halt richtig schlecht. Aber irgendwann ging es. Es war halt einfach nur ungewohnt, weil man das halt nicht... Man kennt das so von Videos, aber es war halt nie so der eigene Körper. Und wenn man das so am eigenen Körper sieht, oder zumindest ich, ich fand das dann irgendwie eklig. Aber ich hatte dann auch Cola parat und hatte Traubenzucker. Und genau, für die Autofahrt auf dem Rückweg auf jeden Fall Cola, Traubenzucker immer dabei haben, was ihr euren Kreislauf hochpushen könnt. Genau, dann lag ich in der Dusche, beziehungsweise in der Dusche, hat die Bekannte von uns hat dann meine Hose immer runtergezogen. Also die hat die Kompression dann so auseinandergezogen und dann so langsam runtergezogen. Das war halt... Also meine Mama hat gemeint, dass ich fast für einen kurzen Moment fast ohnmächtig geworden bin. Ich habe halt nur geschrien, weil ich solche Schmerzen hatte. Und da war meine Mama auch richtig dankbar dafür, dass halt die Bekannte gekommen ist. Weil natürlich als Mama, wenn du merkst, dass du deiner Tochter wehtust, kannst du halt nicht. Und die Bekannte von uns hatte halt dann... Die hat gemeint, okay, ich weiß, Jessie, es tut weh, aber ich mach's jetzt einfach, dass du schneller hinter dir hast. Und dann war ich sehr dankbar dafür. Und dann hat sie halt runtergezogen. Und da war die Schwellung an meinen Waden noch nicht so krass, nur an den Knöcheln. Also meine Knöchel sind wirklich... Eigentlich doch am selben Tag sind die richtig krass angeschwollen. Und dann habe ich... Also die Kompression aus, so habe ich erst dann gesagt, thank you Jesus. Also, da war ich richtig glücklich. Dann ging es aber ums Aufstehen. Das war dann auch noch mal eine andere Sache für sich. Also noch mal eine Sache für sich. Ich habe nur dann, als die Kompression ausging, meine Beine angeschaut. Und das war halt richtig komisch. Weil du halt von deinen eigentlichen Beinen, oder deinen ungesunden Beinen, oder deine Beine, die halt... Die Lippe, die betroffenen Beine, kanntest du halt davor. Also am Tag davor waren sie noch ganz anders. Und dann siehst du, wie dünn sie sind. Oder wie schmal die sind. Und dann mein Knöchel, das war halt wirklich... Mein Bein war so richtig schmal. Und dann kam unten mein Knöchel so, boom. Also jetzt übertrieben gesagt. Und das hat mir irgendwie nochmal den Kreislauf richtig zusammengehauen. Ich weiß nicht, wieso, aber wahrscheinlich, weil ich es eklig fand oder sowas, wie der Knöchel angeschwollen war. Da hat mir dann die Mama nochmal kaltes Wasser übers Gesicht getan, über den Kopf. Und dann bin ich auch aufgestanden. Da haben die mich zu... Ich weiß gar nicht, zu zweit oder zu dritt in mein Zimmer getragen. Und da habe ich halt auch die ganze Zeit nur eine Blutlache hinter mir gelassen, weil die ganzen Löcher offen waren. Wir haben aber auch Bilder gemacht. Ich werde euch hier noch Bilder einblenden, wie meine Beine dann aussahen. Und ja, als ich dann kurz vor der Couch, da bin ich ausgerutscht, weil ich so eine Blutlache unter mir dann hatte. Dann habe ich auch erst mal einen Herzinfarkt bekommen. Aber als ich dann gelegen bin, dann ging es auch. Also ich war halt fix und fertig. Also ich war halt fix und fertig, weil es so anstrengend war. Genau, als ich dann da lag, hat dann meine Bekannte sich die Wunden angeschaut, hat die Wunden versorgt und dann haben wir die Kompression halt wieder angezogen. Das war auch Horror. Aber irgendwann hat man halt den Dreh raus. Am Anfang waren wir beide halt so unerfahren, kann man eigentlich sagen. Und wir haben halt dann so unsere Erfahrungen gesammelt, haben halt nach und nach dann so Tricks herausgefunden, wie es halt dann leichter war. Also am Anfang war es so unfassbar unangenehm, aber immer bevor sie gekommen ist, habe ich halt dann den Tramadol genommen. Und also eine Stunde, bevor sie gekommen ist, Tramadol. Und kurz bevor sie gekommen ist, Novalgin, weil Novalgin wirkt schneller. Und dann, es war schmerzhaft, aber es ging. Dann wurde ich auch noch jeden Tag gelimpft. Also das kann ich euch nur empfehlen. Also nach der OP so viele Lymphdermaschtermine, wie es nur möglich ist. Also drei, vier Mal die Woche wäre absolut Hammer. Ich hatte das Glück, dass ich halt dann jeden Tag gelimpft wurde. Und ich glaube, durch das Jeden Tag Lymphen sind meine Hämatome auch ziemlich schnell zurückgegangen. Und welchen Tipp ich euch noch geben kann beim Kompressionen anziehen. Ich hole mir mal noch eine andere Kompression, dass ich es euch zeigen kann, wie wir meine Kompressionen angezogen haben. Ich würde euch auch empfehlen, die Kompressionen anzuziehen, die am weitesten ist. Weil durch die Schwellung und so was ist es ziemlich unangenehm, wenn die ziemlich eng ist. Wir haben es so gemacht, dass wir hier ist das... Also erst mal die Kompression umdrehen, also falsch herum, weil es dann leichter ist zum Anziehen, weil es sich dann einfach nur so hochstulpen muss. Dann haben wir hier am Fußteil, wo hier die Ferse ist, haben wir das einfach genommen und so reingetan. Das heißt, je nachdem, wie es für dich angenehm ist, musst du halt probieren, ob du die Ferse noch weiter rein tust oder so machst, dass es jetzt so ausschaut. Also hier ist die Ferse. Dann nimmst du, ziehst du das halt an und das machst du auf beiden Seiten. Und dann danach haben die halt meine Kompressionen nach und nach hochgezogen und halt richtig auseinandergezogen. Also da brauchst du jemanden mit Nuckis. Weil man konnte es nicht so drüber streifen, weil es halt unfassbar Schmerz hat. Deswegen haben sie jetzt immer so auseinandergezogen. Sie haben ja dann nach und nach immer höher, immer höher. Am Anfang hat es auch noch wirklich ziemlich lange gedauert. Dann von Woche zu Woche wurde es halt auch besser. Und ich glaube, ab Woche... Ab Woche vier... Ja, drei oder vier. Ab Woche drei oder vier war es dann so, dass ich sie auch eigenständig anziehen konnte beziehungsweise, dass ich helfen konnte beim Anziehen. Und jetzt kann ich sie easy-peasy alleine anziehen. Genau. Und... Was war noch? Ich habe auch... Aber man muss auch Thrombose-Spritzen nehmen. Also ich habe für sieben Tage die Thrombose-Spritze bekommen vorab. Und dann war ich halt beim Hausarzt. Und da kommt es halt ganz drauf an, wie gut du dich bewegen kannst. Also ich konnte dann relativ gut laufen. Also das Wichtigste ist ja, dass du die Wadenpumpe aktivieren kannst. Also dass du halt wirklich so abrollen kannst und mit der Ferse so hoch gehst. Dann, ähm... Weil wenn du so die ganze hin und her dackelst, dann bringt das halt nichts. Also ich kann mal ein Video auch einblenden, wie ich gelaufen bin. Das war... Ich glaube eine Woche nach der OP. Ne, es war zwei Tage nach der OP. Kann ich euch hier mal einblenden. Kann sein, dass sie irgendwas eine... Dings getroffen haben und das blutet so. Weil diese... die ganze Zeit... Bravo! Hopp oder? Das war zu viel. Wie ich da gelaufen bin. Ziemlich breitbeinig auch, weil es, ähm... innen drinnen an den... an meinen Oberschenkeln auch wirklich sehr geschwollen war. Und... Ja, dann... Man muss einfach Geduld haben. Also es heißt so nach dem Tag 10, nach dem Tag 11, 12 so ungefähr soll es dann bergauf gehen. Ähm... Das ist bei jedem unterschiedlich. Bei mir war es nicht nach Tag 10. Ich glaube, bei mir war es Tag nach Tag 12, 13 ungefähr. Wo es dann wirklich gut bergauf ging. Ähm... Ich hab dann aber auch viele Übungen gemacht. Also ich bin... Wenn ich gelegen bin, hab ich... Also wenn ich so gelegen bin, die ganzen Beine nach oben, hab ich meine Zehen die ganze Zeit so angewinkelt. Damit ich halt die Warenpumpe auch aktivieren kann. Dann, ähm... Was hab ich noch gemacht? Dann hab ich, ähm... meine Beine so gestreckt, hab halt dann meinen Oberschenkelmuskel so angespannt, um halt einfach das alles zu beschleunigen beziehungsweise zu unterstützen. Dann bin ich auch, ähm, auf und ab gelaufen. Hab dann versucht, Treppen zu laufen. Also da ist halt jemand vor mir gegangen, immer, an dem ich mich so schützen konnte. Und ich hab halt dann probiert, mein Knie abzuwinkeln. Es ging nicht immer, beziehungsweise ging es am Anfang gar nicht. Man muss sich halt langsam rantasten. Was ich aber gelernt habe, mach nicht zu viel. Also ich hab an einem Tag dankbar so, boah, es ging voll gut. Dann bin ich hier rumgelaufen und, ähm, wirklich viel auch rumgelaufen. Also viel. Bin dann auch draußen bei mir auf dem Hof noch auf und ab gelaufen und dann am Abend ich bin gestorben vor Schmerz. Also man darf das wirklich nicht übertreiben. Also das Problem ist, dass man ja so zugepumpt ist mit Schmerzmitteln. Dann weißt du nicht, okay, jetzt reicht's. Weil jetzt, da ich keine Schmerzmittel mehr nehme, merke ich halt schneller, okay, jetzt wird's langsam unangenehm, jetzt wird's jeder Zeit, dass du deine Beine hochlegst. Das war halt aber damals nicht der Fall. Ich hab's halt dann am Abend gespürt. Und, ähm, genau. Ich hab noch das Glück, dass ich einen Stepper zu Hause habe. Dann hat halt meine Bekannte auch gemeint, dass ich mich bewegen soll, weil ich halt dann auch, ähm, das unterstütze, die Schwellung und das besser wird und keine Ahnung was. Also wieso das alles ist, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, weil es mir halt geholfen hat. Ich war halt dann jeden Tag auf den Stepper. Anfangs nur so eine Viertelstunde, dann 20 Minuten, jetzt mittlerweile eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, je nachdem, wie ich halt Bock hab. Und, ähm, ja, dann hab ich noch so Übungen gemacht, was, ich hab so Kniebeugen gemacht. Dann, ähm, bin ich so an der Wand gestanden und musste, ähm, mit den Fersen so hochgehen, also auf Zehenspitzen gehen, aber dabei achten, dass ich einen geraden Rücken habe. Was hab ich noch gemacht? Dann hab ich, ähm, noch so Bauchmuskelnübungen gemacht, sowas, um einfach, ähm, den Körper auch ein bisschen nicht platt zu bekommen, aber so eine, so eine Abwechslung, weil Sport und sowas, also mir persönlich tut da immer Sport gut. Genau, dann mit der Schwellung. Also ich, ist es immer noch geschwollen, ich hab auch immer noch so Verhärtungen, hier an den Seiten, und unten auch, aber, ähm, das ist normal. Bei den Verhärtungen, das ist normal, das dauert einfach, bis es weggeht. Also meine Freundin, die wurde vor fünf Monaten, fünf Monaten abgesaugt in den Unterschenkeln, und die hat bis heute immer noch leichte Verhärtungen, Verhärtungen, und, ähm, ja. Ich hab euch noch auf Instagram auch gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema. Schauen wir mal, was da noch so kam. Mein Game-Changing-Tipp. Puh. Schmerztabletten. Wirklich? Schmerztabletten, ähm, weil, die machen es einem einfach leicht. Also ich würde dir wirklich von Anfang an empfehlen, ähm, dir irgendwelche härteren Schmerzmittel zu holen, weil Ibuprofen hilft nichts. Sorry, aber es hilft einfach nichts gegen die Schmerzen, ne. Ähm, deswegen, das auf alle Fälle und Geduld. Also eigentlich sind wirklich Schmerzmittel und Geduld. Ich hab jetzt halt nicht so Tipps, also natürlich zum Beispiel meine Handschuhe oder sowas, die ich ja schon mal im Video gezeigt hab, zum Anziehen. Die haben mir noch sehr geholfen, weil du halt einfach dann mehr Grip hast beim Hochziehen. Aber Schmerzmittel, das ist so, wo ich auch jetzt überfroh bin für die zweite OP, wieder, dass ich da immer noch mehr vorbereitet bin. Jetzt weiß ich natürlich auch, was auf mich zukommt. Jetzt kann ich an die Sache anders rangehen, aber Schmerzmittel. Schmerzmittel. Dann, was sind deine Must-Haves, um es erträglicher zu machen? Ja, eigentlich wieder Schmerzmittel. Eine gute Erhöhung ist halt eigentlich auch wichtig, dass du deine Beine gut hochlagern kannst. Und wir haben es dann meistens auch so gemacht, dass wir Kissen hatten als Erhöhung und wir haben auch so kleinere Kissen hierhin gemacht, dass meine Oberschenkel sich da so, dass da nicht hier so Luft war und dann meine Beine gleich oben waren. Dass mein Oberschenkel hier so drauf ausruhen konnte, weil es angenehmer war. Und je nachdem, wie du halt dann ausläufst oder nachblutest oder nicht, halt diese Unterlagen auf alle Fälle und dann wurdest du krank geschrieben oder musstest du Urlaub nehmen? Also bei der Nippo-Klinik wirst du zwei Wochen krank geschrieben und das Weitere muss halt dann mit deinem Hausarzt besprochen. Also ich wurde dann weiterhin von meinem Hausarzt krank geschrieben und da musst du schauen, je nachdem, wie es halt dann für dich geht, weil das Problem ist, du musst halt deine Beine die ganze Zeit so hochlagern und darfst halt nicht die nicht in der Kniekehle nicht knicken, weil es uns die Gefahr ist, dass es halt nicht mehr durchblutet wird bzw. kann das alles nicht mehr gut ablaufen und deswegen kriegt er diese Verhärtungen. Also ich habe auch nach zwei, drei Wochen nach der Au-Pair habe ich schon jeden zweiten, jeden dritten Tag ohne Kompression geschlafen, weil es irgendwie den Waden nicht so gut abgelaufen ist. Deswegen sind meine Waden immer richtig krass immer noch so hart gewesen und ich hatte hier unten auch richtig krasse Verhärtungen gemacht, dass mir das die ganze Zeit so eingeschnitten hat und deswegen habe ich dann auch ohne Kompression geschlafen. Wenn du auch schläfst, ist es wirklich nicht schlimm. Also natürlich vielleicht nicht jeden Tag oder so was aber in der Nacht ist es wirklich kein Problem. Wenn du halt dann aufstehst, dann solltest du sie halt wieder anziehen und also ich habe auch mit der Chirurgen, also mit der Frau Dr. Gera darüber gesprochen, dass meine Physiotherapeuten mir das halt empfohlen haben, dass ich das ausprobieren kann. Sie hat gemeint, ja das ist gar kein Problem, wenn man alle zwei, drei Tage ohne Kompression schläft, weil da kann wirklich nichts passieren und ja wie bist du bitte in die Kompri reingekommen? Ich bin drei Tage Post-OP und drehe fast durch. I feel you mit you. Die heißt auch, Jessie. Mit Hilfe und wie ich vorhin schon erklärt habe, so auseinanderziehen. Ich habe die ja eh schon privat geschrieben, weil ich gesagt habe, okay, bis das Video online kommt, helfe ich dir lieber direkt. Siehst du schon einen großen Unterschied? Schwer zu sagen, also ich sehe schon einen Unterschied, vor allem hier weil man halt die Wade hier so sieht und von hier vorne auch und wenn ich halt meine Beine so hoch tue, also ich kann euch versuchen das mal hier so zu filmen. So, also man sieht hier bis wohin abgesaugt wurde, also wenn ich so liege, dann ist mein Fuß hier auch dünner und man sieht halt mein Knie, also mein Knie sehe ich, wenn ich liege und hier sieht man es halt auch einfach. Ich habe auch so ein Video, so ein kleines Video gemacht, wie ich hier an den Seiten, wo ich noch nicht abgesaugt wurde, meine Haut so in die Hand nehme und unten wo schon gesaugt wurde, das kann ich euch auch gleich noch einblenden. Da merkt man schon einen Unterschied, aber ich kann euch auch mal so ein Vorher-Nachher-Bild reintun, also so, dass man so nebeneinander gleich ist, wie es jetzt ist und wie es davor war. Manuelle oder maschinelle Lymphdrainage, was ist besser und warum? Manuelle. Also ich habe mir so einen Lymphomaten zugeschickt bekommen von der Firma, weil ich den ausprobieren möchte, weil es halt darum ging, ob ich mir auch einen hole, aber die manuelle Lymphdrainage kann einfach keine Maschine nachmachen, also normalerweise ist es ja so ein Zeichen dafür, dass es eine gute Lymphdrainage ist, dass du danach pinkeln musst, weil der Sinn deiner Lymphdrainage ist ja auch, dass die ganzen Flüssigkeiten, dass du halt das alles massierst, dass alles wieder läuft und die ganze Lymphflüssigkeit halt dann auch, die wird dann beispielsweise auch von unten nach oben gedrückt und ich muss jedes Mal nach der Lymphdrainage pinkeln. Das war sogar jetzt halt nach den OPs ab und zu so, dass ich also wir haben eine halbe Stunde rechts, eine halbe Stunde linke Seite gemacht, dass ich nach der Hälfte explodiert bin. Ich musste so dringend pinkeln und bei der maschinellen Lymphdrainage habe ich das halt gar nicht. Also es ist halt ich weiß nicht, das ist so man spürt halt so einen Druck aber es fühlt sich jetzt nicht so an als würde es zum Beispiel von unten nach oben gehen. Es fühlt sich einfach nur an als würdest du als würde dich jemand so in den Arm nehmen, also deine Beine so in den Arm nehmen, aber auch ganz fest zudrücken. Deswegen muss ich persönlich sagen, halte ich jetzt nicht so viel von denen. Also mir persönlich hilft es halt nicht, weil wenn ich danach auch nicht aufs Klo muss oder sowas, dann sehe ich da keinen Sinn dahinter. Also natürlich ist es bei jedem anders, also no front, wenn es für dich passt, ist es super. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Fan davon, muss ich sagen. Und wie bekommt man mal schnelle Lymphdrainage? Musst du bei deiner Krankenkasse anfangen, ob die zahlen, manche Krankenkassen zahlen es, manche zahlen es nicht. Dann musst du einfach zum Hausarzt gehen oder zu einem Spezialisten oder zu deiner Phlebologin und eine Firma finden, wo du das halt mieten kannst oder kaufen kannst, je nachdem. Und ja, das war es auch schon. Krass, krass, krass. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch, es war nicht zu durcheinander. Es ist einfach viel Information, die man halt dann teilen möchte. Und wenn du noch irgendwelche Fragen oder sowas hast, schreib mir aber auf Instagram. Es ist wirklich gar kein Problem. Hab keine Scheu, schäme dich nicht oder sonst irgendwas. Ich lies mir gerne deine Nachricht durch und vielleicht kann ich dir auch sogar helfen. Und ja, dann würde ich sagen, ich drücke mir selber die Daumen, dass es in einer Woche besser ist. Ich bin auch gespannt, wie die zweite OP dann wird, also ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Das heißt, der Unterschenkel ist so die schlimmste OP. Falls ihr ganz mitten im Lipödem Marathon seid mit den OPs, ich drücke euch die Daumen. Ihr schafft das. Und ja, ich verlinke euch auch noch meine ganzen anderen Videos zum Thema Lipödem unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, Tschüss. Euer Christian. ein paar Jahre altes auf dem Magazin. Oh mein Gott, ich never see something so bright like the sky always got in me. Oh.